Servus Leute und herzlich willkommen bei Mission 5. Hier kommen wieder 5 Fakten für dein Geld. Wir starten jetzt durch ins Wochenende und verraten dir in diesem Video, welche Schnapsidee die Bundesregierung schon wieder hat, warum ihr deswegen unbedingt jetzt noch Gold kaufen solltet und wir verraten dir die besten Goldminenaktien. Und jetzt legen wir los. Ja, was stimmt eigentlich nicht schon wieder mal mit unserer Bundesregierung? Sie hat einen neuen Plan und zwar will sie die Obergrenze für anonyme Goldkäufe drastisch senken und zwar auf 2000 Euro. Das Ganze soll ab 2020 in Kraft treten. Was bedeutet das jetzt für dich, wenn du dann zu deinem Edelmetallhändler gehst und willst Gold kaufen und das Gold ist mehr wert als 2000 Euro, dann wird der Edelmetallhändler sagen, stopp, so geht's nicht. Ich muss jetzt erstmal deine Personalien aufnehmen und auch noch eine Risikoanalyse durchführen. Ja, das Ganze geht aus einem Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums hervor. Wenn ihr dieses tolle Meisterwerk nochmal nachlesen wollt, wir verlinken euch das natürlich unten in der Videobeschreibung. Es ist noch keine ausgemachte Sache. Es muss natürlich noch durch den Bundestag und was wir fairerweise auch noch sagen müssen, es gibt natürlich schon eine Obergrenze für die Goldkäufe. Die liegt aber bislang noch bei 10.000 Euro. Das wäre wirklich eine massive Verschlechterung für alle Goldkäufer oder es würde sehr erschweren. Denn selbst ein 50-Gramm-Barren kostet schon mehr als 2000 Euro. Und wie gesagt, ja, selbst wenn du den kaufen willst, musst du dann schon die Hosen runterlassen, musst deine persönlichen Daten preisgeben und natürlich die Risikoanalyse auch, was das auch immer genau sein soll, klingt mal wieder richtig bescheuert. Der Gesetzesentwurf soll zum 10. Januar 2020 in Kraft treten und geltende EU-Richtlinien zur Geldwäsche umsetzen. Ja, also Geldwäsche und auch die Finanzierung von Terrorismus soll unter dem Strich bekämpft werden. Ja, wer kennt das Problem nicht? Ich sehe in München auch ständig Taliban mit zehntnerschweren Rucksäcken wirklich aus den Edelmetall-Boutiquen heraus spazieren. Und vielleicht kennt ihr das Problem auch. Das geht mir immer so am Münchner Flughafen, wenn ich dann mit drei, vier, fünf Koffern Gold daherkomme. Ja, da gucken die immer ziemlich blöd, die Sicherheitsbeamten. Und unser Mann hinter der Kamera, Peter Blöd, der hat immer ein sehr großes Problem, wenn er durch den Nacktskettler muss mit seinem Goldständer. Also da gucken die Beamten wirklich immer richtig dumm durch die Wäsche. Und das dauert dann natürlich immer ein paar Stunden, wenn man mit Peter Blöd mal zu einem Dreh muss, bis dann alle Details geklärt sind. Vor allem natürlich auch die Risikoanalyse. Also jetzt mal Spaß beiseite, aber lustig ist es überhaupt nicht. Wie wirr ist das bitte in Zeiten von Bitcoin und digitalem Geld, was wirklich ein anonymer Markt ist. Also es geht jetzt nicht darum, den Bitcoin zu verteufeln nach dem Motto, das ist alles Verbrechergeld. Aber trotzdem Gold jetzt als Finanzierung von Terroristen auszumachen und das als Grund zu nehmen, das jetzt diese Obergrenze nach unten zu senken, ist ziemlich affig. Das ist mal wieder ein gutes Beispiel dafür, wie sich der Staat möglichst breit in unser Leben einmischen will. Da kriegt man ja schon ein bisschen Verfolgungswahn. Und wir wollen jetzt mal sagen, liebes Finanzministerium, kümmert euch doch mal um die wichtigen Sachen. Bevor ihr jetzt auf noch mehr dumme Ideen kommt, wollen wir euch ins Wochenende schicken mit einem Zitat von George Bernard Shaw. Das war ein irischer Dramatiker. Und ich lese jetzt mal kurz vor. Sie haben die Wahl zwischen der natürlichen Stabilität von Gold und die Ehrlichkeit und Intelligenz der Regierungsmitglieder. Mit allem Respekt, ich rate Ihnen, entscheiden Sie sich für Gold. Und wir bleiben jetzt auch goldig bei Mission 5 und machen mit dem Thema Gold munter weiter. Denn das Problem ist ja, dass Politiker und Notenbanker uns in eine massive Schuldenspirale befördert haben. Und wir haben jetzt mal ein paar spannende Charts. Wir haben uns nämlich bedient im aktuellen Focus Money Heft. Also haben mal bei den Kollegen geklaut, was es da so Spannendes gibt. Und da schauen wir jetzt gleich mal drauf. Wir schauen uns jetzt eine spannende Pyramide an. Und zwar wurde die auf den Kopf gestellt. Wir sehen verschiedene Anlageklassen. Und sie sind gegliedert nach der Sicherheit und der Liquidität. Und wir sehen, dass ganz unten Gold steht. Das geht zurück auf den US-Ökonom und Notenbanker John extra. Also es geht darum, dass Gold, wenn es jetzt wirklich krachen sollte, unterm Strich am liquidesten ist und am sichersten. Da hängt auch kein Zahlungsversprechen dran. Man muss auch sagen, dass die Aktienmärkte gut abschneiden. Und auch Währungen. Ganz oben stehen dann natürlich Derivate. Da wird es dann nämlich ganz, ganz eng. Und auch bei Immobilien ist es natürlich ein Problem, dass die dann im Crash wirklich liquide bleiben. Und was natürlich auch immer ein ganz spannender Faktor ist, wie sich Gold schlägt im Verhältnis zu anderen Währungen. Ich meine, Gold ist ja in erster Linie ein Stabilitätsanker. Und natürlich ist das Problem, wie gesagt, die Schulden. Viele Leute haben dann, wenn es wirklich eng wird, nicht mehr das Vertrauen ins Finanzsystem. Und flüchten dann vielleicht aus manchen Währungen, kaufen dann Gold. Und da schauen wir jetzt mal drauf, wie sich das in den letzten knapp 20 Jahren entwickelt hat. Und da sieht man sehr schön, wie stabil Gold ist. Beispielsweise hat es sehr oft aufgewertet im Vergleich zum Euro. Eurogold ist natürlich sozusagen an den Dollar gekoppelt. Oder was heißt gekoppelt? Es wird in Dollar abgerechnet. Deswegen ist die ganze Sache ein bisschen komplizierter. Schaut euch die Kapelle mal ganz genau an. Am besten drückt ihr jetzt mal Stopp und geht das alles in Ruhe durch. Das kann ich euch jetzt nicht alles aufschlüssen, sonst dauert das Video eine halbe Stunde. Aber wie gesagt, die Grafik ist ja da. Ihr könnt euch die in Ruhe anschauen. Und was man unter dem Strich sagen kann, dass Gold gegenüber diesen Währungen, die wir hier zeigen, wie Euro, Dollar oder auch Kanada-Dollar und japanische Yen zum Beispiel, das Gold nur in zwei der letzten Jahre seit 2001 verloren hat. Also da sieht man schon diese Wertstabilität. Und darum geht es ja in erster Linie bei Gold. Und jetzt kommt mein Lieblingschart. Wir haben ja immer wieder das Problem in den letzten Wochen und Monaten, dass wir über eine mögliche Rezession diskutieren. Ich will das jetzt gar nicht so schwarz malen. Selbst wenn sie kommt, wird die Welt natürlich nicht untergehen. Aber es könnte natürlich schon einige Probleme geben. Und wir sehen jetzt hier anhand dieses Charts, dass die Wahrscheinlichkeit schon deutlich gestiegen ist. Und das sagen ja auch einige Experten. Neulich hatten wir auch Peter Bofinger zu Gast zum Beispiel, der sich auch Sorgen macht. Und es gibt einige, die sagen, ja, ist natürlich durchaus ein veritables Risiko da, dass es ein bisschen schwieriger wird an den Märkten und natürlich auch bei der Weltwirtschaft. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert? Sollte jetzt in den USA tatsächlich eine Rezession kommen oder sollte sich der Ausblick weiter antrügen, dann wird Trump wahrscheinlich weiter Dampf machen. Wahrscheinlich wird die Fed nochmal Geld in den Markt pumpen oder die Zinsen eben senken. Und das legt dann wiederum nahe, dass der Goldpreis anziehen würde. Also wenn die Zinsen sinken, kann man davon ausgehen, dass der Goldpreis ansteigt. Und das wäre natürlich dann wieder ein Argument, das für Gold spricht. Und auch bei der Geldidee bleiben wir heute goldig. Wir haben es ja im Anreißer schon versprochen, dass wir euch ein paar Goldminenaktien zeigen wollen. Grundsätzlich ist für mich jetzt Gold kein aller Heilmittel. Ich will jetzt nicht sagen, deckt euch 100% mit Gold ein. Ich bin jetzt auch kein Crash-Prophet und wir wollen jetzt auch keine schlechte Stimmung verbreiten. Und wir wollen jetzt auch nicht auf diesen Zug aufspringen, wie das ja einige machen nach dem Motto, das Endspiel kommt bald, dann geht die Welt unter und dann hilft nur noch Gold und die Knarre unterm Küchentisch, wenn ihr dann notfalls den Nachbarn überfallen müsst für ein paar Brotscheiben. Aber Gold sollte halt schon eine gewisse Beimischung sein im Depot. Man sagt ja immer 5, 10, 15, vielleicht sogar 20%. Ich finde 10% ganz gut und man kann sich den Goldpreis halt auch mal anschauen. Es spricht einfach sehr viel dafür, denn er entwickelt sich langfristig sehr stabil, auch wenn das in den letzten Jahren vielleicht nicht so optimal war. Aber wir können mal auf den Chart schauen. Man sieht, langfristig entwickelt sich das sehr, sehr stabil. Und wenn man fair sein will, dann muss man sich den Goldchart natürlich auch mal über ein paar Jahrhunderte vielleicht sogar anschauen. Und dann führt da eigentlich kein Weg daran vorbei, dass man zumindest sagt, okay, ich mische Gold zumindest mal ein bisschen bei, um einfach nochmal eine Alternative zu haben. Wir haben es ja auch schon öfter erzählt, neulich auch in einem ETF-Video. Könnt ihr nochmal oben reinklicken, dass Gold eben nicht so stark normalerweise mit anderen Anlageklassen korreliert und deswegen einfach eine sehr gute Ergänzung ist. Wir können natürlich physisch investieren in Gold. Da sind sehr viele Fans. Ich habe persönlich auch physisches Gold. Aber man sieht ja, es wird einem immer schwerer gemacht. Die Bundesregierung plant da jetzt schon den nächsten Angriff, dass das ein bisschen erschwert werden soll. Man kann aber natürlich auch anders investieren. Und das wollen wir euch heute in der Geldidee näher bringen, nämlich Goldminenaktien. Jetzt aber, Leute, sehr wichtig. Da muss man sich eigentlich schon ein bisschen auskennen. Und das ist auch eine sehr riskante Sache. Also deswegen wollen wir euch da jetzt nicht reinjagen, sondern eher ein bisschen inspirieren, dass ihr euch da vielleicht selber ein bisschen schlauer macht, mal ein bisschen recherchiert. Aber wir wollen euch ja auch immer neue Sachen zeigen. Wir wollen euch nicht langweilen. Und Goldminenaktien sind eben ein sehr guter Hebel, riskant. Aber man kann natürlich sehr leicht profitieren von einem Goldpreisanstieg. Und deswegen wollen wir euch jetzt mal vier Aktien vorstellen. Die erste Aktie ist Newmont Gold Corp. Und das zählt schon zu den größeren unter den Goldminenaktien. 6 bis 7 Millionen Unzen pro Jahr wollen die US-Amerikaner schürfen. Was natürlich für die Aktie spricht, ist, dass die Produktionskosten sinken sollen. Ich habe es mir nochmal notiert, von 945 Dollar je Unze auf langfristig 810 Dollar. Und das wird den Konzern natürlich massiv profitabler machen. Regional hat der Konzern natürlich Amerika als Schwerpunkt, als US-Konzern. Aber sie sind mittlerweile auf vier Kontinenten unterwegs. Asien, Afrika und auch Australien. Wenn man sich den Chart mal anschaut, ist es natürlich schon gut gelaufen, wenn man jetzt mal die letzten drei, vier Jahre nimmt. Aber überbewertet ist die Aktie noch nicht. Die Gewinnentwicklung schaut auch ganz stabil aus. Und natürlich gibt es auch noch eine Dividende obendrauf. Jetzt kommen wir zu Kinross. Das ist eine kleinere Goldminenaktie. Da wird es natürlich noch spekulativer. Da spielen auch ein bisschen politische Risiken rein. Denn Kinross ist zum Beispiel in Russland und auch in Mauretanien unterwegs. Also das ist natürlich schon ein bisschen schwerer einzuschätzen. Was auch ein bisschen bedenklich ist, dass die Produktionskosten bei rund 1000 Dollar je Unze liegen. Also schon deutlich höher. Aber natürlich bietet das auch massive Chancen. Wir sehen es am Chart. Ja, ist zuletzt ein bisschen runtergegangen. Ist schon eine wackeligere Sache. Aber das macht das Ganze natürlich auch attraktiver, was die Chancen betrifft. Bei Kinross kann man auch darauf spekulieren, dass die vielleicht mal zukaufen könnten. Also finanziell sind sie grundsätzlich stabil aufgestellt. Und das könnte halt dann schon auch notwendig werden. Macht die ganze Sache natürlich auch wieder etwas volatiler, riskanter, aber auch chancenreicher. Jetzt kommen wir zu einem Klassiker. Ist wahrscheinlich die bekannteste Aktie oder mit die bekannteste Barrick Gold. Die kämpfen um New Want immer so ein bisschen um die Spitze. Was aber sehr spannend ist, die arbeiten auch zusammen und zwar in Nevada. Und das macht die ganze Sache natürlich billiger. Zuletzt lagen die Produktionskosten nur noch bei 825 Dollar je Unze. Also wenn man das jetzt mal mit Kinross 1000 Dollar je Unze vergleicht, ist das natürlich schon ein massiver Wettbewerbsvorteil. Macht das ganze Geschäftsmodell profitabler. Und sie haben auch einen CEO, der den Konzern nochmal, der hat erst vor kurzem das übernommen, der den Konzern nochmal mehr auf Profitabilität trimpt. Also finde ich sehr spannend. Die Aktie ist zuletzt ein bisschen besser gelaufen, aber da dürfte auch auf jeden Fall noch Luft nach oben sein. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob vielleicht von euch jemand schon Barrick Gold im Depot hat. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und wie ihr diese Aktie seht, das würde mich auch interessieren. Und jetzt kommt vielleicht der Geheimtipp unter den vier Aktien, nämlich Evolution Mining, ist auch eine sehr kleine Bude, sag ich mal, in Australien, sind weniger als 5 Milliarden Euro wert. Aber was die ganze Sache sehr spannend macht, die sind nur auf dem eigenen Kontinent unterwegs. Und da sind sie sehr gut unterwegs. Die haben nämlich sehr geringe Förderkosten. Die betragen gerade mal gute 600 Dollar je Unze. Also da sieht man mal, was das für ein Unterschied ist. 1.000, gute 800 und jetzt nur noch 600 Dollar. Das bringt natürlich massiv dicke Margen. Und man sieht auch schon am Chart, dass das ein sehr profitables Geschäftsmodell ist. Ist natürlich sehr gut gelaufen. Die Aktie, aber da könnte natürlich noch einiges gehen. Also die Analysten erwarten auf jeden Fall steigende Gewinne. Und gerade weil das so eine kleine Goldbude ist, kann das natürlich, wenn der Goldpreis jetzt wirklich durch die Decke gehen sollte, ein massiver Hebel sein. Wir haben diese Woche mal wieder einen Kommentar der Woche. Und zwar hat Christoph uns geschrieben unter das ETF-Video, das wir am Donnerstag gebracht haben, wie würden wir 10.000 Euro in ETF anlegen, hat Christoph geschrieben. Mich würde eher interessieren, wie ich 100.000 Euro anlegen soll. 10.000 Euro sind doch Taschengeld. Da reichen ein bis zwei ETFs. Ja, da würde mich jetzt euer Feedback interessieren. Wollt ihr generell mehr solche Videos, wie wir Geld anlegen würden? Wir könnten das natürlich auch mal aufsplitten. Nach Anlegertypen, vielleicht riskanter, eher sicherheitsbewusst. Dann geht es natürlich auch um Zeiträume. Also wie soll ich jetzt vielleicht mein Geld für ein Jahr anlegen? Für fünf Jahre? Für zehn Jahre? Für meine Kinder? Für die Enkelkinder? Was weiß ich? Also das würde uns jetzt interessieren. Euer Feedback, ob wir da einfach mehr machen sollen. Das können natürlich Aktien sein. Das können auch wieder ETFs sein. Es gab ja schon viel Feedback, es kam ja grundsätzlich gut an. Sollen wir da mehr machen und das vielleicht auch noch ein bisschen mehr nach Typen gliedern? Das würde mich jetzt interessieren. Schreibt doch mal fleißig in die Kommentare. Wir wollen euch natürlich nicht ins Wochenende ohne Inspiration entlassen. Wir haben uns mal Manager-Gehälter des S&P 500 angeschaut. Und man denkt dir immer, Mensch, wer viel verdient oder wer mehr verdient, der bringt mehr Leistung. Und wer am meisten verdient, ist auch der Beste. Aber das stimmt nicht ganz so. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Und jetzt schauen wir uns mal die fünf Herrschaften an, die 2018 am meisten verdient haben. Und da wurde richtig gut gezahlt beim Discovery Channel. Da flossen nämlich an den CEO 129,4 Millionen Dollar. Das ist schon ein stolzes Gehalt. Die Performance mit 10,5 Prozent war dann eher dünn. Bei Disney schnitt der CEO schon deutlich besser ab mit 20,4 Prozent. Aber man sieht schon, die Herrschaften, die am meisten verdienen, bringen uns Aktionären jetzt nicht zwingend die beste Rendite. Natürlich ist diese Betrachtung jetzt sehr kurzfristig. Ein Jahr ist normalerweise nicht sehr aussagekräftig. Und natürlich lässt sich jetzt auch schwer ein direkter Zusammenhang zwischen Manager-Gehalt und Performance herstellen. Aber wir fanden das trotzdem mal sehr witzig. Vor allem, wenn man jetzt auf die fünf Herrschaften schaut, die am wenigsten verdienen. Bei den schlecht bezahlten sind nämlich so Herrschaften dabei wie Larry Page, der nur einen symbolischen Dollar verdient. Natürlich ist der Herr Page nicht gerade arm, weil er natürlich auch am Erfolg von Google schon lange beteiligt ist. Aber trotzdem verdient er so gesehen kein Gehalt. Liefert seit Jahren brillante Arbeit ab. Jack Dorsey hat Twitter auch wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht. Die waren ja auch schon totgesagt. Und Herr Jason Adair, ich kenne ihn jetzt leider nicht, aber herzlichen Glückwunsch, hat abgeliefert bei Copart. Verdient nur 203.000 Dollar pro Jahr. Stolze Performance von 82 Prozent. Und Warren Buffett ist auch dabei. Der verdient jetzt auch nicht gerade extrem viel. 398.000 Dollar. Ich glaube, damit kann Herr Buffett überleben. Er verdient ja auch ordentlich an Dividenden. Gut, letztes Jahr war die Performance jetzt nicht überragend. Aber wir wissen ja alle, was Warren Buffett in den letzten 30, 40, 50 Jahren abgeliefert hat. Und ich glaube, das zeigt auch sehr schön, er macht es auch nicht unbedingt fürs Geld. Das ist auch meine Message, die ich jetzt nochmal rüberbringen will. Also Geld ist natürlich ein toller Motivator. Aber alleine, wenn du es nur fürs Geld machst, dann kann das sogar sehr viel kaputt machen. Gerade langfristig wird dir das deine Motivation versauen. Und einen Gag können wir uns jetzt natürlich bei der Mission Money nicht sparen. Wir wollen mal auf die fünf bestbezahlten Frauen schauen im S&P 500. General Motors, IBM sind dabei. Man sieht jetzt, die Performance war nicht so gut. Und ich würde jetzt mal sagen, ich kommentiere das jetzt einfach mal gar nicht. Sonst gibt es wieder den kritischen Zeigefinger in Sachen Sexismus. Wir haben jetzt nichts kommentiert, nichts gesagt. Wir haben das jetzt einfach mal gezeigt, weil wir es auch witzig fanden. Wollen das aber jetzt mal unkommentiert stehen lassen. Vielleicht wird das nächste Jahr besser. Oder dieses Jahr besser gesagt 2019. Vielleicht wird das dann das Jahr der Frauen. Und vielleicht nochmal, um auf die Motivation zurückzukommen, wollt ihr eigentlich mal wieder mehr dieses Thema Motivation, Mindset? Ich habe gerade schon über das Geld gesprochen, was uns so wirklich motiviert. Und wie wir auch das Mindset kriegen, um reich zu werden, rational zu handeln oder uns vielleicht auch besser selber einzuschätzen. Wenn ihr da wieder mehr Videos dazu haben wollt, dann schreibt doch das mal dringend in die Kommentare. Wir entlassen euch jetzt ins Wochenende. Mission 5 ist mal wieder accomplished. Es war eine goldene Mission diese Woche. Und Peter, Mats und ich wollen euch ins Wochenende entlassen mit der Message. Denkt doch einfach mal dran, was würdet ihr tun, wenn ihr schon reich wärt. Das propagiert ja auch Warren Buffett. Und wir werden es uns auf jeden Fall gut gehen lassen. Selbst ohne den großen Reichtum kann man so ein Wochenende schon mal genießen. Und wir sagen jetzt herzlichen Dank für euer tolles Feedback diese Woche mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus und wir sehen uns kommende Woche wieder. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.